So liebe Freunde, heute geht es nochmal um den Leopard 2A7 von Meng. Ein Video, wie ich diesen Panzer vorgestellt habe, habe ich unten in die Kommentare reingesetzt. Heute geht es aber darum, was ist, wenn dieser Panzer gebaut worden ist. Wie sieht er aus, wie lässt er sich machen und so weiter. Und in dem Fall müssen wir den Panzer einmal bauen. Da ist das gute Stück. So sieht er aus, wenn er fertig ist. Antennen kommen noch oben drauf. Da habe ich mir von Leopard Workshop diese Comrade Antennen besorgt. Die müssen dann halt hinten noch aufgeklebt werden. Zum Bau des Leopard 2A7. Ich habe ihn nochmal extra aufgewertet und habe ihm das Update Set von Perfect Scale nochmal gegeben, dass er auf dem Rüststand vom Leopard 2A7 ist von 2016. Das heißt also, neue Teile sind mit dazugekommen, wie zum Beispiel hier diese Eisgreifer, die an der Seite vom Turm montiert sind. Und dann hier haben wir oben drauf haben wir einmal vom Kommandanten die Handfeuerwaffe, die MP7 und vom Richtschützen einen G36. Wir haben noch zusätzlich dann einen Staukorb hier vorne dran. Und hinten haben wir nochmal, ist die Säge jetzt hier platziert, weil wir dann hier nochmal ein extra Teil mit dran haben für einen Antennenkasten. Dann haben wir hier nochmal oben drauf ein extra Teil. Wir haben hinten, haben wir höchstens dann für den Spaten. Und so haben wir dann hier nochmal die extra Halterungen dafür gemacht. Wir haben, was haben wir noch? Wir haben auch noch für vorne, haben wir hier die überbreite Schilder, sind mit dabei. Haben wir hier eine Verlängerung mit dran und dann eben die Warntafeln. Und hier vorne haben wir nochmal extra drauf für die Zusatzkettenglieder und nochmal zusätzliche Eisgreifer noch mit dran. Wie ließ sich der Panzer bauen? Der Panzer ließ sich eigentlich ganz gut bauen. Die Kette ließ sich gut bauen, weil es eine schöne Eisengliederkette ist. Das Fahrwerk ließ sich gut bauen. Jetzt im Nachhinein habe ich noch mitbekommen, dass eigentlich diese Katzenaugen gar nicht mit dran sind. Na gut, jetzt sind sie mit dran. Jetzt bleiben sie dran. Ich mache es jetzt nicht extra ab. Ich habe dann extra noch dazu gekauft von Leopard Shop ein Kettensatz für diese kleinen Kettchen hier an der Nebelmittelwurfanlage. Schweres Wort. Was ich leider feststellen musste, ist, dass ich einen falschen Primer genommen habe. Quatsch, nicht einen falschen Primer, sondern einen falschen Klarlack. Ihr seht überall so eine ganz kleine weiße Fusselchen da oben drauf. Das war natürlich schlecht. Ich kriege sie auch nicht mehr ab und jetzt bleibt es aber trotzdem so. So, das war dann der von Ammo auf Mink war das, das Finish. Und ja, ich habe jetzt dann Sprühdose genommen von Tamiya beim nächsten Projekt und da sieht das dann wesentlich besser aus. So, die Rückspiegel sind spiegellig bei diesem Leopard 2A7 von Mink. So, mit dazu gekommen, noch in dem Update-Set sind hier einmal hinten eine Tasche und hier vorne ist dann noch einmal eine Tasche. So, hinten habe ich dem Panzer einen Peilstab verpasst, der seit dem Leopard 2A6 hinten noch mit dran ist an der Rückfahrkamera. Den habe ich mir selber aus Draht gebaut. Witzigerweise ist auf dem Karton von dem Leopard 2A7 von Mink ist dieser Peilstab mit drauf, was allerdings aber im Bausatz nicht mit drin ist. Das zeige ich euch gleich nochmal. Sitt, wir haben ein paar aufpassen, dass ich den Panzer hier nicht umliete. Seht ihr, da hinten ist der Peilstab drauf, ist aber im Bausatz nicht mit drin. Nee, 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 so geht das nicht. Wenn, dann wollen wir doch schon alle Teile richtig mit dabei haben. So, ansonsten, wie gesagt, ließ sich der Panzer echt super bauen. Auch hier die von den Staukörben hier, die Gitter ließen sich super biegen. Auch hier schön der zusätzliche Bordcomputer, sehr gut gemacht, auch sehr gut in Szene gesetzt. Mit einer kleinen Landkarte oben drauf, das sieht echt klasse aus. Was mir aufgefallen ist bei diesem Panzer, dass, wenn ihr hier durchschaut, seht ihr Luft drin. Also der sitzt nirgendwo auf. Das ist aber das Problem gewesen beim Zusammenbauen. Wenn ihr einen Panzer habt, dann macht bitte, bevor ihr ihn lackiert, eine Drehprobe von dem Turm. Denn Panzer, die ein so weites Heck nach hinten haben, zum Beispiel die ganze Leopard-Reihe, neigt sehr gerne dazu, dass der Turm hinten dann auf den Lüftern schleift. Und das war bei diesem Panzer auch das Problem. Es ist eigentlich ganz relativ einfach zu lösen, das Problem, indem ihr dann, muss ich mal kurz hier den Turm abmachen. Gucken. Komm raus hier. So. Ist natürlich, weil es lackiert ist, geht es alles ein bisschen schlechter von der Hand. Und so, was ihr machen könnt, ist dann zum Beispiel hier diese Nippelchen. Nicht hier unten. Mach mal, bevor ich ein bisschen näher ran. Damit ihr auch wisst, was ich meine. So. Also, das ist jetzt durch den Klarleik jetzt hier ein paar Abriefspuren, aber das ist ja kein Problem. Also, die Teile hier müsst ihr dann hier auf der Seite ein bisschen einschneiden. Dann habt ihr schon mal wieder ein bisschen Luft. Nicht hier unten, weil hier unten bringt das nichts. Also, ihr müsst die hier wirklich ein bisschen abfeilen. Und lasst sie auch bitte stehen, weil sonst liegt der Turm hier eben nur lose oben drauf. Und dann nehmt ihr euch ein bisschen Plastikreste. Ich habe zum Beispiel von einer Salatpackung oder sowas, gibt es ja auch ganz dünne Reste, kann man hier dazwischen kleben. Oder, habe ich hier auch nochmal gemacht, PE-Teile. PE-Teile könnt ihr auch ausschneiden und könnt ihr dann hier als Abstandsstück dazwischen setzen. Und dann habt ihr dieses Problem gelöst. So. Nun zeige ich euch nochmal, wenn schön der Turm abgebaut ist, was denn hier noch dazu ist. Wir haben halt dann hier unsere Hebevorrichtung für die Motorklappe. Hier auch. Dann haben wir hier Spitzhacke und ein Ball noch mit dazu. Und eben hier unsere Halterungen für die Abschleppseile. Überall noch Decals, damit auch die Besatzung weiß, was da gemacht worden ist und was wo dazugehört. So, ein bisschen Staub weggemacht. So, ansonsten, wie gesagt, ich finde auch diese Rückspiegel finde ich total geil, weil da so eine Spiegelfolie mit dran ist. Was aber bei einigen anderen Leoparden dann nicht mehr mit dabei ist. Ansonsten habe ich dann auch hier die Optik, habe ich mit Crystal Clear gemacht. Hier vorne habe ich die Scheinwerfer, habe ich innen lackiert mit Chrom von Molotow und habe dann eben das ganz normale Scheinwerferglas oben drauf gesetzt. Und hier hinten habe ich dann auch Revell Farben genommen, habe dann das Rot und das Orange habe ich dann von Revell genutzt, habe dann alles schön ausgefüllt. Und habe dann am Ende, damit eben der Effekt wie ein Glas mit bei ist, habe ich dann von Ammo of Mic dieses Crystal Glas drauf gemacht. Und das ist wirklich echt genial. Das trocknet wirklich glasklar aus. Und dann habt ihr dann nochmal wie eine zusätzliche Linse da vorne drauf, was natürlich nicht in der ersten Schicht funktioniert. Dann müsst ihr dann halt eben zwei oder drei Schichten machen. So, ansonsten kann ich euch Leopard-Fans diesen Panzer nur empfehlen. Ich habe auch hier extra so gemacht, habe ich dann Metallfarbe an der Kette genommen und habe dann auch eine Polierfarbe genommen, weil ja eben die Kette durch das Fahren dann auch blank gewesen ist. So, was gibt es dazu noch zu sagen? Hat mega viel Spaß gemacht und ja, auf jeden Fall wird das nicht der letzte Leopard sein, den ich baue, denn ich habe ja noch ganz, ganz viele mit dabei von Menk. Aber hier seht ihr mal, was dann bei rauskommt, wenn der Panzer fertig gebaut ist. Ich werde euch auch ab und zu nochmal ein Feedback-Video reinsetzen, wenn ich einen Panzer im Rohbauzustand fertig habe. Falls ich dann noch Edzteile mit dazu verwendet habe, dass ihr das dann besser seht. Aber ansonsten bekommt ihr das Feedback-Video dann von dem Panzer, wenn er hier fertig zusammengebaut dargestellt ist, damit ihr dann seht, wie er am Ende aussieht. Achso, was ich noch gemacht habe, der soll ja relativ fabrikneu aussehen. Das Einzige, was ich gemacht habe, damit hier eventuell nicht irgendwo noch grüne Farbe zu sehen ist, in den ganzen Ritzen von den Platten hier, habe ich noch ein feinendes, dezentes Washing mit reingemacht. Denn sonst wäre hier beim Grünen zum Beispiel, wäre dann die Ritze grün zu sehen und das wollen wir natürlich nicht. Dann haben wir nämlich so einen besseren Tiefeneffekt. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Daumen hoch, weiter liken und dann kommen bald die nächsten Feedback-Videos. Bis denn!